Hallo Freunde, wie der Leech of Silver am Start mit dem Booty zockt. Ich spiele wieder, wie es sich gehört, Mordekaiser im Ranked, obwohl ich den kein bisschen kann. Damit wir einen Carry haben und eine Chance haben, auch zum Gewinn, haben wir den Booty als Katharina. Und dann haben wir noch blauer Fleck auf der Botlane. Das ist echt ein blauer Fleck da bei mir. Jetzt noch diese Grafik-Bugs da. Ja, das ist jetzt Ash bei mir. Ähm, genau. Mit dem Spiel ist der Eneko El Vasco als Rengar, der Tioff, Toll, als Ash und der Nightziner als Draven. Und die Gegner haben ein bisschen komisches, die haben einen Hickering, einen Shaco und einen Shogart. Bin ich mal gespannt. Alle, wann ist das Video hochgeladen, das andere? Äh, nach dem Game. Nach dem Game erst. Nein, ich muss, äh, hier... Wow, wow, Shaco! Brecht das Scheiß-Game jetzt nicht ab. Danke, Daniel. Lass mal so ein bisschen Werbung machen. Hier ist eine jacke Puppe. Ganz für Sie. So, ein bisschen Werbung gemacht. Jetzt können wir anfangen zu spielen. Ohlooo! Ich will jetzt ehrlich gesagt nicht runterkommen. Ja, und wie üblich, in Leech of Silver haben wir einen Jarben-Support. Und zwei Wards in einem Busch. Ich hab mein zuerst hingestellt, oder? Warte mal, wie viel hat der Codon? 47? Ja, ich hab mein zuerst hingestellt. Ja, Mordekaiser, we shall see. Du hast recht, ich spiel gegen den Chogard Toplane. Äh, Leona, Caitlyn. Ich bin unten. Ey, ich hab jetzt schon keinen Bock gegen diesen Shaco. Ich hab schon keinen Bock auf Chogard. Hier, friss, Fotze. Oh Mann, warum denn gegen Shaco? Dann mach sie einfach uns nicht, Ulte. Na und? Ja, dann stirbt er nicht. Na gut, du machst immerhin Schaden. Da spielt Adel, der Typ. Wer? Shaco. Ja. Adel, Shaco, Silver, äh, Leech of Silver. Ja. Also man merkt auf jeden Fall, auf welcher Elo wir spielen. Sag ich eigentlich jedes Mal, wenn ich dieses Spiel anfass. Wenn du das Spiel anfasst? Ja. Ich will gar nicht wissen, was du mit dem Spiel alles nachts machst, oder? Das kannst du dir erklären. Ich starte es. Rage damit. Erzähl meinen Freunden, die Leech of Legends hassen, was ich gestern gespielt hab. Ach so, Budi, was ich dir noch vorschlagen wollte. Lass mal ein Ranked Game machen, aufnehmen und immer wenn wir einen Kill machen, alte 4 drücken. Mhm. Was glaubst du davon? Ich glaube nicht. Hat farm ich irgendwie so scheiße. Okay, das ist üblich. Aua! Okay, Mordekaiser, passive OP. Ja, ich hab das Hashtag vergessen, sorry. Alles. Komm schon! Nein! Garten, Quassblatt. Das ist so lustig. Ich stehe einfach gegen Übermachung, die ganze Zeit Auto-Tags. Warum kommt da Rengar ganken? Ich darf das, weil mütze. Ich bin froh, dass ich dir gesagt habe. Ich bin froh, dass ich dir gesagt habe. Rengar ist auch da. Ja, macht den. Was der fuck? Was macht der? Ihr macht doch der, ihr macht doch der Mage. Der Mage auf Dom macht ihr doch. Komm schon, Daniel, ein Kill ist das. Ja! Gut Job, Double-Waffe für Daniel. Oh lol, nice. Nice. Lass ich dir gleich meine Place zeigen, Budi. Lieber nicht. Ich würde lieber gleich meine Place nochmal ansehen, wenn du sie hochlädst. Okay, das war gerade ein Fehler von mir. Wären mir die Minions da, hätte ich jetzt zum Jogart geflasht und hätte ich den kurz umgebracht. Dago ist behindert. So, blauer Fleck farmt. Ja, damit hast du nicht gerechnet, Chaco. Ich habe es letzte Woche, ich weiß nicht, wann ich die Folge hochlädt. Nächste Woche Donnerstag oder nicht? Nee, ich glaube, Läu wird dann. Achso, stimmt, du machst ja... Aber du machst ja in den ganzen Läu-Videos immer Sonntag oder so, keine Ahnung. Ja, ich weiß nicht. Hattest du einmal Jogisch-Cards pro Woche, müsstest du das schon machen können. Ja klar, also kommt jeweils einmal Jog-Cards, einmal Loll-Min. Ja. Diese Javan-Plays, die habe ich alle auf Aufnahme. Ich wäre eher dafür, an zwei Tagen von dir Dingens zu machen. Loll. An deinen zwei Wochen Tagen machst du Dingens. Ähm, ich will nicht flashen. Dann tust nicht. An deinen zwei Wochen Tagen spielst du, ähm... Jog. Jog-Cards und am Sonntag dann immer Loll. Ich weiß es noch nicht. Außer wir machen hier das... Jeden Tag ein Video-Hoch-Clan-Wettbewerbenteil. Ja. Dann, äh... Ja. Hört halt jeden Tag irgendwas. So klug. Der Junge ist so klug! Komm, geh doch mal drauf! Dein Trottel. Hallo! Renga? Daniel, kommt der Renga auch mal? Ich habe keine Ahnung. Bei mir hat er, glaube ich, erst auch so ein bisschen... Du... Da... Hahahaha! Was ist das für ein Chip, Alter? So ein... Nee, nee, Alter. Oh. Bad ist Renga, eh. Best, oder was? Ja, bad ist, was? Scheißegal, juck mich nicht, Alter. Er ist ein bad-ass, das ist er. Loll. Loll, Mist, gewott. Hahahaha! Das hätte ich jetzt nicht sehen müssen, Daniel. Outplay of Doom. Hm. Ich habe keinen Double-Buff mehr. Nein, ich muss die nächste Runde mal Loll-Recorder machen. Ich habe mit Cutter echt manchmal gute Plays, Alter. Oh, alte 4. Autsch. Mit MK-Loll. Mach keine Werbung, bitte. Das ist ziemlich alte 4 von dir. MK-Loll.de Das ist ja nicht mal Punkt.de, das ist Portugiesisch. Danke, MK-Loll, für diese eine Million Euro, die ich jetzt bekomme. Dass du es nicht bekommst. Weil du sozial bist. Okay, habe ich gerade echt gesagt, puti-sozial. Ich meine, nicht Daniel, Alter. Jetzt hat er nur überlegt, dass er eine Tracks-Vaulty. Alles gut, Renger. Ich habe noch genug HP. Er muss da ulten. Das Wichtigste bei Mordekaiser ist, einfach immer seine Passive bereit zu halten. Und warten, bis der Gegner Rage-Quitte, wenn man genug mit seiner E gepokt hat. Eigentlich müsste ich mir einen Magic-Word kaufen, und wenn ich dann meine Ulti bin, einfach einen Magic-Word hinstellen. Oder nicht? Äh, schon. Müsste eigentlich funktionieren. Nur halt, wenn der Check unsichtbar ist, kannst du den trotzdem mit dem Ding treffen. Der Ult. Ja, aber... Na gut, das stimmt schon. Hat im Endeffekt noch keinen Sinn. Ja, jetzt habe ich ihn getötet, obwohl er unsichtbar war. Easy. Guck mal, wen ich hier hab bei mir. Und denn? Warte, tanz für mich. Guck mal, der tanz für mich nicht Backport. Guck dir an. Warte, fuck, wie soll ich denn tanzen? Ja, indem ich einfach tanze, tanz damit. Weil ich OP bin. LOL, guck ich dir an, Budi! Guck mal, was er macht! Komm, schnell, guck! Der tanzt im Laufen! LOL. What the fuck? Das sah so mega geil aus. Okay, Mordekaiser ist definitiv OP. Und Budi macht einen Kill. Oder da wird einfach gestunnt. OHHHHH! Aha, Ash. Die Ulti hat sich bestimmt voll gelohnt. Das ist die eine Ash-Support aus dem Video. Wenn dich noch erinnern kannst. Okay, jetzt brauch ich Hilfe. Meiner! Oder blauer Fleck kriegt den. Oder bei mir oben stand da einfach nix. Da war kein Portrait. Hab ich das gesehen, Daniel? Nein, ich bin hier auf der Top-Lang-Konzentration. Oh, da ist ja mein AP an, Alter. Ich bin hier auf der. Sekarim AFK. Komm mir irgendwie so vor. Ne, hab ihn grad gesehen. Der ist beim DUBUFF. Der ist hier am Autobeuglied. Da, da, da. Ah, okay. den irgendwie nicht mal gesehen seitdem er war richtig geil alle ich hab zwei kills geholt und ein assist man ich hab 69 farm nach 10 minuten das ist doch gut naja 346 das besser oder kaiser hast du auch so nen fetten wave clear kannst du echt nicht mit mithalten das beste hat keine mana immer wieder bot lane warm dann gerade ein bisschen action zu sein das gefällt uns sehr gut wo die triple kill ok doppel kill ich hab schon 6 1 man und chaco ist auf dem körper gestorben ich dachte wer weniger gestorben die ganze zeit jetzt wieder bot den töten oder das ist immer irgendwie abzufangen den check der kommt gleich wieder auf die lane so rum irgendwie an der ist er ja ich war selbe vorkauf zu mir nein hier unten ja sorry fuck ich hätte ihn zuerst ulten müssen sorry sorry booty ich hätte da echt bessere plays machen können denga kriegt den kill nein doch sag dich doch ich hab gefällt richtig hart sorry naja mich juckt es nicht du wirst gestorben ja ich hab jetzt deine lane halt ein kill gegeben ja ich bin gestorben das stört mich am meisten weil hätte ich den echt zuerst geholtert hätte ich den locker easy gekriegt aber ich vor allem überleben können das ist es ja ja überleben und kill machen können weil ich hätte noch weil er hätte ich genommen ne ich hättest du bisher nicht gekriegt na gut dafür hab ich jetzt wieder items das passt ja wieder ich bin hier gefühlt deshalb ich geh jetzt wieder botland holen mit dem nächsten kill ich glaub nächste runde spiel ich mach mal Cutter mit Teleport ich bin ja instanten auf dem warmer da ich hab 90 farm ich weiß ich bin auch immer hash ulti sehr schön ich hab wo ich hinlaufe oh lol 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 ohhhh schade ach der Jogard da Jogard steht grad einfach da surprise i'm black ich hätte mir mein Team aber auch folgen können oder nicht wenn Jogard mal irgendwann wieder töten oder Higarim soll mal wieder ganken kommen hm darf das bitte oh nein hätte der Sunfire gehabt wär gestorben na am blue puff was machst du da ja Taken warum Venga dich mal bitte wieder Taken warum gehst du midlanen achso sie muss meinen Farben klauen alles klar ich hab 69 Farben und Ash auch what the fuck die sind das doppel 69er Team war grad ein Black Screen war echt schnell äh SS Booty die kommt äh der kommt runter mit Jogard aber komm ich puste so lange hier in die Lane ja sobald sie das machen wollen sterben sie alle ja genau was hinstellen Hegarim zwar kommt zu mir hoch ich glaub Sonjas ne Hegarim kommt glaub ich immer noch zu mir hoch die anderen kommen auch hohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho Nein! Wieso hält die Scheiß von jetzt nicht eine Sekunde länger? Ich konnte echt in der Situation nix mehr machen. Na komm Herr Furtze... Nicht du! Aha, er stirbt nicht. LOL! Ich war ja ernst alter. Du bist hier die ganze Zeit auf den Fall losgegangen oder was? Nee. Ich war für Drabadons. Hauptsache Damage Daniel. Hauptsache Damage. Was mach ich da eigentlich grad? Weil Sonne als Maske hab ich schon. Und ich hatte 6-1, aber nur noch 7-3, weil ich ziel für Yoda-Spieler. Wenn ich den Checko kriegen können, hätt ich da irgendwie noch nen Auto-Attack drauf gemacht. Für irgendwas. Guck ich raus. Immer noch SS. Hätt ich eingetötet ne man, hätt ich mal nen Scheiß-Colons wieder zurückgesetzt bekommen. Wär alles anders ausgesehen. Ja, da hätt ich wegsprengen können. Na gut, das stimmt. Hättest du dann auch sofort alte 4 drücken können? Aber ich finde den Witz mit alte 4 immer noch langweilig, äh selber langweilig, aber benutzt den einfach. So was zent man. Homophobe. Loll fuck. Hör die, der Eschpfeil. Feed my lane, GG. Hä, ich hab da nur 1 Kill gemacht? Ja. What the fuck, hast du mir zugeschaut? Nein, ich hab gepusht. What the fuck. Ne, warte, ich hab nur zugeschaut wie du da weggelaufen bist. Ja, ich bin dann einfach reingepft in alle 4 YOLO. Und ich dachte ich hätte alle 4 getötet. Aber Ersch hat 2 Kills bekommen. Scheiße, wir haben noch 3 Leute getötet, ich hab noch 1 Kills bekommen. Ich push n bisschen, oh oh. Ich darf das, because mit, ähm. Ich bin übrigens von Samstag auf Sonntag, Mittag nicht online. Okay. Falsch da rum? Wow, weil ich grad aufs Mauer krieg. Richtig. Ohhhh. Nice, das Essen. Okay, aber jetzt müssen wir mal zusammenlaufen, Daniel SS. Ja. Konnte er ja nichts mehr machen. Alles spielt jetzt doch AP. Der Sheko. Ja, der weiß der aber nicht was er machen soll. Der kackt, der hat ja gar kein, hä, der, hä, Daniel. Hä? Wie kann man nach der Zeit so weniger Items haben? Indem er alles wahrscheinlich wieder verkauft hat. Jetzt, guck mal, mein Problem. Ich kann jetzt nicht wie nochmal im Fight dabei sein, oder? Ja, ich will in den Fight rein, aber ich will auf Caitlyn oder so. Da ist halt noch ein Sugarharten und Hegarim. Also, naja. Ja, deswegen muss ich auf Caitlyn. Ich kann relativ gut jemanden rausfokusen und dann... Loah. Irgendwann hab ich gewartet. Ja, der Rengar wird noch gefuttert. Hinter dir noch ein Sheko. Ich komm, aber ich werd nicht rechtzeitig kommen. Ohhhh. Geho- Nein! Mann! Die beiden wären mein inoffizieller Panther gewesen. Pass auf, was ich jetzt mach. Ash, Mann. Warum kommt sie nicht an? Oh, okay. Warum hat die Ash jetzt eine E gemacht? Damit hat sie jetzt weggeschockt. Oh, das war so fucking knapp, Mann. Hätte die Ash keine E gemacht, hätte ich jetzt wahrscheinlich einen Kill gemacht. Ey, wieso hab ich nicht eine Sekunde länger überlegt? Hätte ich nicht Scott mit meiner W getötet, Alter. Mann. Close. Jetzt sterb ich auch noch. Mir ist das close enough, Alter. Jetzt sterb ich. Wollt ihr da... Nein! Das ist nicht euer Ernst, Mann! Warum sterb ich jetzt? Weil du alleine hochläufst? Nein! Doch. Nein, weil ich jetzt einen Kill machen könnte und dann wieder weggegangen wär. Ja, aber du warst greedy. Nein! Doch. Ich hätte einen gekriegt? Nein, du warst greedy und bist hochgelaufen. Mann. Nein! Don't push solo, please, guys. Kann ich dich erinnern, dass Ash vor ungefähr 20 Sekunden am Midlane-Turm war und du die ganze Zeit alleine drauf schauen hast? Das war so close da oben, Alter. Hast du gesehen, wie ich die Caitlyn gefickt habe? Und auf genau den Fehler habe ich gewartet, Alter. Die ganze Zeit rumgestanden. Ja, mein Fehler war's, äh, LoL zu spielen. Vor drei Jahren. Mein Fehler war, vor drei Jahren angefangen zu realen. Wow, du bist immer noch Silber, got job. Du bist nicht mal Silber. Ich bin erst diese Season Silber gekommen. Oh, oh! Oh, oh! Mama! Ich bin zum ersten Mal in einem Fight dabei und krieg sofort ins Low. Boah, ich werde so geil mit Ulti, Alter. Und mich so rasieren. Alter, ich hätte jetzt wollte ich ja der Ulti, Mann. Scheiße! Verpiss dich, Fake, Sheko. Leute, dieser Sheko, der ist ja mal so richtig blöd. Heiße, Mann, ich will da rein. Ich konnte nicht Sonjas drücken, warum auch immer. Und ich krieg den Kill nicht, oh mein Gott. Ah! Mann! Ich krieg die ganze Zeit in Geld, ich in Geld als Einziger und krieg die Kills nicht, Alter. Was ist das denn für eine Fernis? Ach, irgendwie wie, du Scheiße, wie mit einem Wayne-Game. Ich reiß einfach nix. Ich pushe zwar richtig gut rein, aber ich reiße nix. Ja, außer deinen Schießmuss gewaucht, die ich abgefickt habe. Echt? Mann, ich hatte meine Ulti zu spät, Alter. Ey! Meine Lane! Ich will mich verarschen. Ich probiere die ganze Zeit auf Sonjas, das ist irgendeinem Grund aktiviert sie sich nicht. Wahrscheinlich habe ich... Oh, Leute, habe ich aus den Sonjas aktiviert. Ritten in der Base. Ne, ich darf das. Eil Arschfick. Nach 400 Gold, dann bin ich OP. Oh, die machen Baron. What the fuck mit dem Level? Nein, die kommen zu mir! Ja, viel Spaß, Shecko. Shecko. Es war grad... Es war grad 3 kills, Booty. Ja, durchaus. Ey. Ash, kannst du mal bitte einen Pfeil treffen? Mann, da wäre mein Pentakill. Ja, wenn Ash einen Pfeil treffen würde. Ja, hätte Ash den Pfeil besser gehauen, dann hätte ich sie alle 3 gefickt. Weil man hätte den Pfeil sorgen können, dass alle 3 reingestand werden. Jetzt habe ich meine Ult gewastet. Egal, da habe ich eben zwei Kills geholt. Ja, weg von mir, Mist geworden. Ja, endlich mal wieder ein Kill! Ich drück doch Zorn... Achso, ich hab Zornas nicht ready, weil ich sie vorhin in der Base aktiviert habe. Und du warst verstummt. Ja, ich darf nicht drüber aktivieren können, oder? Ich drück die ganze Zeit rauf, Mann. Ich drück die ganze Zeit rauf, Mann. Ich darf nicht Zornas nicht reißen, oder? Ich drück die ganze Zeit rauf, Mann. Ich darf nicht Zornas nicht reißen, oder? Ich darf das nicht reißen, oder? Wo ist eigentlich Ash in meinem Fight? Ja, Ash? Was ist denn, dass wir keine Ash mehr haben? Wenn es denn das Ash kaputt gegangen ist? Ich muss mal ein bisschen tankiger werden. Ich halte gar nichts aus. Ich mache auch irgendwie keinen Schaden mehr. Und was macht der Cho'Gard? Kommt grad... WTF? Wo ist der? Der hat da grad die Minions bis hierher geführt. WTF? Ich darf einfach gewinnen, Alter. Ey Brudi, was passiert da eigentlich, wenn man die Minions von Toplet auf Botlet holt? Das gilt nicht. Aber wenn man... Wenn man abwechselnd dann so den Dingens holt. So den... Da müsste aber die Midlane reagieren und dann hinlaufen. Und sich den Minion-Fokus holen. Oder denkst du, die Minions sind zu klug und wissen, okay, ich bin ein Top-Lane-Minion. Kann ja sein, dass die dann von selber nach ner Zeit umdrehen. Nein. Ich hab Bottle-Minion mal bis hierher geführt. Ja. So, auf jeden Fall bis zum River auf der Might-Lane. Ja, to God. Denkst du, ich kann nicht touchen, ne? Ich will gar nicht von euch irgendwas. Ich will nur... Worden. Ja, aber das Game müsste wieder gewonnen sein, Alter. Dann bin ich in meinem Promos. Promos. Ihr Promos. Oh. Guck mal bitte, Midlane. Ich will meine Greediness ausleben. Daniel, wir brauchen dich im Teamfight, wirklich. Ich hab gefarmt. Wenn jemand Queer-Designen darf, dann bin ich das. Aber auch nur, wenn ich nicht vergesse, Sonja zu drücken. Oh. Wave clear. Ja, und jetzt? Ja, ich hab die Wave gecleared und da kommt ein Shepo. Meinte er Leona. Und jetzt Shepard? Musst du nicht treffen? Nein, meine... Oh, Mann. Hätte drinnen so ne schöne Ulti machen können. Oh mein Gott. Daniel wird gegangbankt. Aber juckt ihn nicht. Alter, Mann. Da ist er scharfen Ulti, ne? Ich hätte so ne schöne Ulti machen können und dann haben wir uns die abgebrochen. Mann, warum hat der Ding, äh, den Ding gekürt? Ja, warum kommt Ash so spät? Der ist immer zum Teamfighter zu. Wahrscheinlich rankt sie sich immer ein. Die ist von mir echt einfach nur so ein blaues Viereck. Loh. Lohööööööööööööööö! Aah. Black in Hip Down. Ich brauch ein bisschen Kält. Ich hab zwar Farbe, aber keine Kills. Unsere Ash hat 6 Kills, die kann aber was reißen im Fight. Ist ja das Problem. Warum hat die Leona am zweitmeisten Kills? Warum ist schon wieder kein Team da drauf bist du? Was macht da Jarvan da? Wow. Ihr müsst die alle low hauen, dann kann ich engagen. Ich kann noch recht viele low hauen, okay. Oh oh, hier steht schlecht. Oh oh, hinter mir ist ein Mist geworden, hinter mir ist ein Mist geworden, hinter mir ist ein Mist geworden, Hilfe! Ich komme! Ah! Außer ich bin gestarrt. Okay, das war gut. Booty da oben ist ein Panther. Komm Booty! Stun sie oder so? Nein! Was, Renga? Juck mich nicht! Ich Towerdive, ich Spacekey! Juck mich alles nicht! Ich geh jetzt rein, juck mich nicht! Juck mich nicht, halt die Fresse! Juck mich nicht! Wow! Ich hab das nicht auf Aufnahme! Ich hab das nicht auf Aufnahme, Booty! Ey Booty, ich hab das aber nicht aufgenommen, ne? Ja! Dein Ernst? Nein! Das ist ein zweiter Pattern im Reinket! Ja! Easy! Easy! Oh, dieser Engage war richtig cool! Juck! Ohohohohoho, ich hab' gesagt, ich renne nach rein, Alter! Ja! So lachen, wenn ich mit 1 HP überleben würde, ne? Ich hab's sogar geknallt und alles extra! Hätt' sie nicht gedacht, Alter! Ich hätte nicht gedacht, Alter! Ich dachte, die Zeit reicht nicht mehr, wegen Panther! Klar würde die reichen! Da bin ich reingegangen, Alter! Der, 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 Pentakill! Ja! Pentakill! In der Aufnahme, Alter! Ich will, dass du die Aufnahme nennst. Bestimmt kein Katharina-Pentakill! Genau! In dieser Aufnahme passiert bestimmt kein Pentacle mit Katharina. Oh, ich freu mich so hart, Daniel. Komm, sagst du Pentacle Nummer 2. Okay, was mach ich? Walmüze. Oh, Outplay. Du rennst zu mir. Warte, du bist in eine andere Richtung. Ich renne auch weg. Ich bin tot. Komm, ich komm, ich komm, ich komm. Renn zu mir, renn zu mir, renn zu mir. Ah! Ja, ich wollte hier gerade die Ding noch ulten. Loy. Läuft es einfach an einem Ding vorbei. Caitlin ist slow ohne Ende. Juckt mich nicht. Loy, doch, juckt mich. Weil sie meine Ulti abbrechen können. Okay, hört mal. Lass mal bitte aufhören, Greedy zu spielen. Ich muss Tanki werden. Muss irgendwie dafür sorgen, dass ich mehr Leben krieg. Und alte 4 drück. Lass mal hier einfach beenden. Ich will ein neues Game anfangen. Wie sieht's aus, ich glaub, du hast jetzt richtig Lust auf LoL, oder? Ja. Okay. Dann frage ich mich, ob du Bock hast auf Pimmel-Ding. Jock hast? Nein, Joghurt. War you one away? Hat ihr nichts gebracht? Hast du meinen Kompeten-Panda-Kill drauf, alle 5 Kills? Ich glaub, ja. Auch die letzten? Ja. Den letzten auf jeden Fall. Alle den letzten habe ich zu 100% da. Ich sag grad echt, dass der Ränger, den ich kriegen würde. Jo. Ach, Jo. Gut, die wichtige Charfen-Ulti für den Teamfight, wärst du mir einfach mal fein-kill? Der Kill, der nicht stattfinden wird. Dann hab ich dann noch einen Tod. Ich mein, das ist ja auch ein Kill, irgendwie. Nein, good job, ne? Das ist ja gleich Kompeten-Panda Nummer 15. Oh! Okay. Ich hab' wieder meine Ult gewastet. Mit Drop-Jarven. Mit Ulti werd' ich da sogar nochmal reinhüpfen. Leute, ich werd' einfach mal ignited. Daniel, ich brauch' Hilfe. Boah. Bist da? LOL. Daniel. Das gibt die Rüstung. Good job. Der ist hier irgendwo, Booty, pass auf. Beides in den mach' ich jetzt den, äh, Sanyas. LOL. Wichtig. Okay, jetzt brauch' ich, jetzt hab' ich'n Problem. Ja. Wir können das nicht mehr gewinnen. Also dann, Charles, und, äh, hier war kein Penta gerade da. Ja, definitiv keine Runde mit Penta-Gab von Starina. Das war Photoshop. Photoshop. Tschüss. Danke. Danke. Danke.